Warum dein privates Facebook-Profil mehr Reichweite bringt, aber du trotzdem deine Facebook-Seite aufbauen solltest. Das erfährst du jetzt im folgenden Video. Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem YouTube-Kanal. Mein Name ist Nick und hier dreht sich alles rund ums Thema Social Media Marketing, Mindset und Business Building. In diesem Video möchte ich darüber sprechen, warum dein privates Facebook-Profil dir mehr Reichweite bringt, aber du trotzdem deine Facebook-Seite aufbauen solltest. Du musst dir folgendes vorstellen. Anfangs als Facebook, Instagram, Twitter, YouTube und so weiter, all diese Plattformen rauskamen, waren das alles Plattformen, wo du alle Beiträge gesehen hast, die zuletzt gepostet wurden. Das heißt, du bist auf Facebook draufgegangen und das, was du auf deiner Timeline gesehen hast, war das, was am kürzesten zu der Zeit, zu der du gerade online gekommen bist, gepostet wurde. Also zum Beispiel dein Freund Andreas hat was um 17.45 Uhr gepostet und du bist um 17.50 Uhr online gekommen. Also siehst du den Post von Andreas um 17.45 Uhr, dann den Post von Julian um 17.30 Uhr, dann den Post von Lea um 17.20 Uhr und so weiter. Mittlerweile ist es aber so, dadurch, dass Facebook immer mehr User hat und auch Instagram und YouTube immer mehr User hat, gibt es Algorithmen. Warum gibt es Algorithmen? Diese Algorithmen sind da, um basierend auf Interaktionswerten, Zuschauerdauer bzw. Zuschauerlänge, Anzahl der Zuschauer, Gefällt-mir-Angaben, Kommentaren, zu analysieren, welche Inhalte am wertvollsten sind bzw. am meisten gesehen und interagiert werden und spielen diese Inhalte mehr Menschen aus, die auf die Plattform kommen, um entsprechend die Leute, die drauf sind, länger zu halten. Warum? Damit diese Menschen entsprechend nachher Werbeanzeigen ausgespielt werden können, die im Prinzip Facebook, Instagram und YouTube Geld in die Taschen spülen. Davon leben die nämlich, von Werbeausgaben, die von Leuten getätigt werden, die eine Facebook-Seite betreiben. Jetzt haben wir den zweiten Punkt, aber der ganz interessant ist und zwar, wenn du ein privates Facebook-Profil benutzt und dort etwas postest, ist dir schon mal aufgefallen bestimmt, dass du dort viel mehr Menschen erreichst, viel mehr Likes und Kommentare kriegst als auf deiner Facebook-Seite, selbst wenn deine Facebook-Seite mehr Likes hat. Das liegt vor allem daran, dass Facebook benutzerfreundlich arbeiten möchte und die Menschen, die Facebook privat nutzen, entsprechend mehr Inhalte von ihren Freunden zeigen möchten, weil sie ja davon ausgehen, dass die meisten Leute wegen ihren Freunden und dem, was bei denen im Leben passiert, auf Facebook gehen und kommen und nicht wollen, dass diese Menschen entweder Facebook löschen oder weniger Facebook nutzen, weil ihnen zu viel Werbung ausgespielt wird. Deshalb wird ihnen mehr von privaten Profilen angezeigt. Das ist auch der Grund, weshalb ich jedem am Anfang empfehle, 5000 Freunde auf Facebook voll zu machen und dann dort Inhalte auszuspielen und entsprechend aus seiner Facebook-Privaten-Seite, also deiner ganz normalen Facebook-Seite, beispielsweise bei mir, Niki Gehringer, also nicht meine Business-Seite, sondern mein privates Profil, dort erstmal aufzubauen, weil du dort viel schneller und viel günstiger an Interaktionen, an Leads und nachher auch an Verkäufe kommst. Das Problem später ist aber folgendes, und zwar dadurch, dass du nur maximal 5000 Freunde voll machen kannst und danach Abonnenten sammelst, aber trotzdem, sobald du diese 5000-Freunde-Marke erreicht hast, es nicht weiter darüber hinaus geht, bist du teilweise gezwungen, wenn du weiter darüber hinaus wachsen möchtest und willst, deine Facebook-Seite aufbauen zu müssen. Und vor allem kannst du leider auch deine Beiträge auf deiner privaten Seite nicht bewerben. Das heißt also, all die guten Inhalte sehen meistens nur ein kleiner Teil von Menschen auf deiner privaten Seite, aber auf deinem Business-Profil sehen sie kaum bis gar keine Leute, weil du sie dort entweder nicht postest oder weil du sie dort postest, aber generell einfach die Reichweite zu wenig ist. Das heißt, meine Empfehlung ist immer ganz klar, parallel dazu, während du dein privates Profil aufbaust, auch deine Seite aufzubauen, um beide Beiträge nicht zu teilen, weil das schränkt die Reichweite ein, sondern tatsächlich denselben Beitrag nochmal auf deinem Business-Profil zu posten und diesen dann nachher zu bewerben. Du hast nämlich die Möglichkeit, den Beitrag einfach zu bewerben und es gibt diverse Kampagnenziele, die du auswählen kannst im Werbeanzeigenmanager. Und eines der schönsten und besten Kampagnenziele überhaupt ist Engagement, also Interaktion. Und das Coole ist, Facebook spielt dir dann tatsächlich für 5 bis 10 Euro, spielt Facebook teilweise dann bis zu 10.000 Leute deinen Beitrag aus. Das heißt, du kannst mega günstig deine Beiträge boosten und vielen Menschen ausspielen. Und das ist eine Sache, die würde ich dir empfehlen, um das zu machen. Und so baust du dir nämlich nach und nach nicht nur Interaktion, was Vertrauen bringt auf deiner Seite auf, sorgst nicht nur dafür, dass Leute und viel mehr Leute als auch auf deinem privaten Profil langfristig deine Sachen sehen, sondern dass die auch nachher zu Fans werden und auch automatisch dadurch, dass sie liken, dann immer wieder deine Beiträge sehen werden. Du siehst also, es ist, am Anfang macht es mega Sinn, wenn man kaum bis gar kein Geld hat und auch nicht viel Plan hat, ein privates Profil aufzubauen. Und das auch als, ich sag mal, ein Investment zu nutzen, weil ich immer noch auf meiner privaten Seite poste, weil ich weiß, wenn ich auf meiner privaten Seite poste, sehen es viele Leute, aber trotzdem deine bestehende Business-Seite nicht zu vernachlässigen und vor allem, wenn du nach Werbeanzeigen schalten möchtest, wirst du tatsächlich sogar mit günstigeren CPMs belohnt. Das heißt im Prinzip, wenn du viel Interaktion auf deiner Seite organisch hast und viele Sachen dort postest, spielt Facebook automatisch deine Inhalte mehr Menschen aus und du kriegst dadurch ein bisschen günstigere Preise, als wenn du eine tote Seite in Anführungszeichen hast, wo kaum bis gar kein Content drauf ist. Dann habe ich mittlerweile in mehreren Tests und das auch natürlich auch in Besprechungen mit diversen Kollegen festgestellt, kriegst du einfach die günstigeren und besseren Preise. Und wie gesagt, langfristig, wenn du ein Business groß aufbauen möchtest und skalieren möchtest in den 6- bis 7- oder sogar 8-stelligen Bereich, wirst du nicht an Facebook-Werbeanzeigen vorbeikommen und bist dementsprechend gezwungen, als Unternehmer, als Selbstständiger, dir eine Facebook-Seite aufzubauen und diese auch mit Content zu befüllen und am besten von Anfang an gleich diesen Content auch schon zu befeuern mit jeweils 5-10 Euro am Tag einfach zusätzlich, um da einfach mehr Interaktion und mehr Engagement drauf zu kriegen. In dem Sinne, das war es von mir, dein Nick. Bis dann. Ciao. Bis dann.